ESG bedeutet für mich ein Zufluchtsort und vielleicht auch ein Ruhepol im stressigen Alltag. ESG bedeutet für mich Leute kennenlernen. Ich bin neu hier in Köln und heute zum ersten Mal in der ESG. Ich erhoffe mir, hier neue Leute kennenzulernen, über Gott und die Welt zu reden. ESG für mich bedeutet Austausch. ESG für mich bedeutet Toleranz, Multikultiort und definitiv sie bieten so viele Aktivitäten. Und ESG für mich bedeutet Gemeinschaft haben mit Leuten aus verschiedenen Kulturen. Ich komme aus Ägypten, ganz genau aus Alexandria. Ich komme genau aus Kamerun. Das ist ganz genau, was ich finde, super wie die ESG. Ja, also 25 unterschiedliche Länder. Austausch über Glauben, über Kulturen und auch über fachliche Sachen. Und ich fühle mich hier sehr geworgen und es sind immer nette Leute da, mit denen man sich unterhalten kann. Musik Untertitelung des ZDF, 2020